hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von mailons meinung schön dass du wieder da bist als steht ja schön wir befinden uns hier mitten in der black week und der aktionär hat auch ein black friday angebot läuft auch schon die ganze woche also seit gestern können wir auch gleich uns mal anschauen mit welchem code man da mitmachen kann und es gibt natürlich also es ist für die magazine der aktionär einfach börse aber auch alle börsendienste geben nach auch für deinen genau und es gibt sogar wenn man jetzt abonnent wird ein goody etwas draufgelegt es gibt nicht nur 20 prozent rabatt auf alle abo laufzeiten sondern es gibt noch eine neue studie reicher mit speicher da geht es um drei power aktien die 500 prozent kurspotenzial haben klingt viel ist jetzt auch nicht gedacht auf zwölf monate aber auf sicht von drei jahren sind alles aktien aus dem bereich batterietechnologie batterie speicherung rohstoffe sehr interessant und ja ein gutes angebot finde ich wer mag studie mail report und 20 prozent sparen mehr geht nicht alle drei zusammen 500 oder je nein nein jeder einzelne 500 prozent es wäre eine versechsfachung okay na gut da bin ich mal gespannt also wer jetzt abonnent wird kriegt diese sonderstudie mit dazu und man spart eben die 20 prozent mit dem code black 22 dann schauen wir auf altbekannte werte du uns heute mitgebracht hast wir starten mit unipart die haben wir schon länger nicht mehr angeguckt die aktie war ja auch halbtot sozusagen aber jetzt hat sie wie ein lebenszeichen von sich gegeben man sieht es hier kaum in dem chart aber man das ist doch ganz ordentlich wir waren ja runter auf unter drei euro jetzt sind wir wieder bei acht sogar über acht allein letzten ich glaube sieben oder acht handelstagen hat sich die aktie mehr als verdoppelt warum ist eine gute frage es gibt eigentlich gar keinen handfesten grund dafür bis auf die tatsache dass einfach trader juniper für sich entdeckt haben und die aktie jetzt jeden tag in immer neue höhen treiben das spielchen kann noch eine ganze zeit lang so weitergehen also mich würde ich wundern wenn wir jetzt heute oder morgen bei zehn stehen oder sogar zwölf man muss dann nur irgendwann sehen was juniper eigentlich wirklich wert ist und das ist dann schon ein ganz anderer preis also bekannt ist ja dass der bund 98 prozent der anteile halten wird wenn es zu dieser großen kapitalerhöhung kommt wahrscheinlich dann ende des jahres oder anfang nächsten jahres und der bund zahlt 1 euro 70 für die aktien also das ist so ein anhaltspunkt und eigentlich sehe ich den ferienwert eher sogar noch tiefer denn eigentlich ist juniper gar nichts mehr wert man wird in diesem jahr 30 milliarden euro verlust machen die market cap ist jetzt bei drei milliarden also eigentlich ist der patient klinisch tot wird noch künstlich am leben erhalten aber das hindert natürlich trader nicht daran zu spekulieren das tun sie offensichtlich auch und da kann man doch gerne mal mit spekulieren man muss nur sehen dass man den absprung schafft weil wie gesagt die fallhöhe wird immer größer je höher der kurs steigt und wir werden dann ziemlich sicher nächstes jahr auch kurse sehen die diese region gehen 170 höchstwahrscheinlich also insoweit nur für zocker genau nur für zocker und vielleicht einen kurzen anlage aber schon ein irres volumen da muss man sagen und man sieht es auch ganz gut die meisten aktien werden auf tradegeld gehandelt das heißt die großinvestoren die institutionellen die sind längst draußen das ist jetzt ein spiel bei der spekulanten und da können sie sich ein bisschen austoben in der zeit wurde sich mit der nächsten aktie ausgetobt beziehungsweise es war halt einer großen gewinner so ein video seitdem ist aber die luft schon raus seit die korona pandemie nicht mehr omnipräsent ist es gab es auch quartalszahlen gestern man sieht es ja ganz gut oder ganz schlecht besser gesagt der kurs hat sich kräftig verloren im letzten jahr schon in diesem jahr ging es weiter runter und seitdem ja also eine richtige erholung gab es bisher nicht und das liegt ganz einfach daran tatsächlich diese enormen umsatzzuwächse die so mehr hatte während der pandemiezeit die sind vorbei man wächst immer noch das ist vielleicht eine gute nachricht man der umsatz im dritten quartal ist um fünf prozent gewachsen aber das ist natürlich nicht mehr das was man von zoom gewohnt war 100 200 300 prozent wachstum man wächst jetzt noch mit fünf prozent aber eben von einer viel höheren basis aus was natürlich dann auch schwieriger wird die zahlen gestern insgesamt waren eigentlich gut sogar über den erwartungen aber man hat so ein bisschen auf die bremse gedrückt was den ausblick aufs vierte quartal angeht und ja und so weit hat die aktie dann nachbörslich doch noch an wert verloren und für mich das größte problem bei zoom ist ich finde das eigentlich spannend was so macht weil man ja auch jetzt mehr auf die geschäftskunden geht auf die firmenkunden die ihre ganze telefonanlage auf zoom umstellen da wächst noch stärker mit 20 prozent aber das große problem was zum hat man hat einen wettbewerber der nicht gerade klein ist fängt mit m an und hört mit soft auf und das natürlich ein problem microsoft als konkurrenten zu haben ist sehr unangenehm zumal der microsoft auch wir bonds nutzen ja glaube ich oder das was heißt glaube ich weiß ich teams intern insoweit ist das natürlich schwer dagegen anzukommen also ja eigentlich eine spannende aktie aber auch jetzt auf dem niveau finde ich immer noch recht teuer denn kgv 20 bei einem wachstum von fünf prozent ist eben dann doch immer noch ein bisschen hoch bewertet mit dem fünf- oder sechsfachen umsatz immer noch also da ist jetzt wenig ja wenig chance dass der kurs jetzt diese alten höhen wieder erreicht das halte ich sogar für ausgeschlossen aber selbst eine nachhaltige erholung ist sehr schwierig aber man hört so ein bisschen raus man kann sie vielleicht auf die watchlist tun mal beobachten was in den nächsten jahren passiert nicht bei mir auf der watchlist ich schaue mir die immer wieder an jetzt gerade wenn zahlen kommen also im auge behalten schon aber im moment ist es noch zu früh sicherlich dann schauen wir auf tesla der rückwärtsgang bei dem wert ist weiterhin aktiv elon musk hat sich so ein bisschen vom heilsbringer viele jahre jetzt zum risiko für tesla entwickelt oder ja das war ja immer schon das das ist ja auch nicht wirklich neu ist es aber es ist schlimmer weiß ich nicht also hat mariana geraucht beim radiointerview also er hat schon viele komische sachen gemacht das ist natürlich jetzt besonders schwierig tatsächlich okay da gebe ich dir recht weil es ist diese twitter geschichte ist natürlich sehr zeitintensiv wenn man ihn auf twitter verfolgt es gibt nur noch um twitter jetzt werden die die täglichen nutzerstatistiken rauf und runter geladen also das ist schon sehr zeitintensiv aber ich habe es ja schon hier gesagt an dieser stelle tesla selber braucht nicht mehr diese intensive betreuung ist ja tesla ist ja kerngesund die geldspeicher sind prall gefüllt über 20 milliarden dollar cash und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen die hoffnung die ich zumindest habe erstmal muss man sehen die aktie hat jetzt vom hoch ziemlich genau 60 prozent verloren da haben wir eine kleine grafik mitgebracht genau 60 prozent das gab es schon mal und zwar einmal das sind auf der grafik die nächste machen wir erst zu der kommen wir gleich noch aber das sind ja die größten verlust das sind die größten korrekturen die tester seit dem börsen 2010 hatte das waren immer so 30 prozent dann gab es hier mal 40 prozent dann 50 prozent 2017 19 und dann dieses corona der corona crash innerhalb von 28 tagen ging es 60 prozent nach unten und jetzt sind wir wieder fast bei den 60 prozent auch wenn diese korrektur natürlich jetzt schon über ein jahr läuft aber 60 prozent ist gleich so eine größenordnung ja wo es dann auch mal genug ist zumal und jetzt können wir die grafik davor machen und die ist nämlich wirklich interessant also die ist auch interessant ich habe nur interessante grafiken aber nicht dabei genau aber die ist spannend das ist jetzt das rote ist der kurs das weiße ist der kursverlauf von tesla seit anfang 2021 sieht man diesen starken anstieg zum jahresende und in diesem jahr geht es eigentlich mit der aktie fast nur abwärts wir sind jetzt auf dem zwei jahres tief gelandet das rote sind die gewinn prognosen für 2023 und die sind in diesem zeitraum kräftig gestiegen hier lief noch alles parallel und seit ungefähr mitte des jahres geht der kurs von tesla nach unten und die gewinn prognosen nach oben also das ist schon erstaunlich werden wir seit jahres anfang hat die aktie sich halbiert ziemlich genau und die gewinn prognosen sind über 50 prozent gestiegen und diese schere ist schon sehr groß das hat zur folge dass tesla jetzt wirklich ich würde sagen fast schon extrem günstig bewertet ist das kgv für nächstes jahr liegt bei ungefähr 30 und das für übernächstes jahr bei 24 und das bei einem wachstum von 40 50 prozent es ist wirklich günstig und klar es kann man dagegen argumentieren was jetzt auch viele tun der chart sieht katastrophal aus wir haben jetzt das tief unterschritten das tief unterschritten ja sind auf zwei jahres tief und unterstützen gibt es erst wieder im bereich so 120 da sieht schlecht aus aber fundamental ist das für mich ein glasklarer kauf wir haben ja bei vielen anderen tech-werten das erzählen wir mal dazu in erholung gesehen in den letzten wochen und monaten oktober lief sehr gut november ist gut angelaufen bei einigen werten tesla hat sich halt komplett davon abgesondert es war anders als nach dem krone crash da sind alle wieder genau das ist tatsächlich das ist tatsächlich die geschichte mit mit elan mask und twitter was tatsächlich ja nicht gut ankommen und natürlich dann hat die ganze stimmung komplett gedreht wird dann auch wieder mehr mlai verkäufe auf die aktie aufgesprungen sind die natürlich auch dann erfolg hatten was wieder neue leihverkäufe angelockt hat und jetzt hat sich die ganze stimmung komplett gedreht aber test ist dafür bekannt diese stimmungswechsel das kann auch ganz schnell wieder andersrum laufen und wie gesagt die fundamentalen faktoren sprechen jetzt sicherlich eher für steigende kurse und dann tatsächlich noch mal zurück zum hohen cash bestand über 20 milliarden dollar es kann auch jederzeit mal passieren dass tesla ein aktienrückkaufprogramm ankündigt was natürlich in am betracht dieses tiefen kurses schon sinn machen würde denn diese 20 milliarden mit tesla nicht brauchen man produziert ja cashflow regelmäßig und so weit kann man seine laufenden kosten und auch zusätzliche investitionen aus dem cashflow finanzieren und die 20 milliarden hat man eigentlich tatsächlich über um vielleicht mal eigene aktien zu kaufen gut dann schauen wir mal ob es da neuigkeiten gibt in den nächsten wochen und monaten und schon unterdessen mal auf byd ja wir haben schon oft darüber gesprochen es gibt nur gute neuigkeiten aber die aktie reagiert halt nicht fast nicht darauf ja es gibt ich weiß gar nicht warum ich über die überhaupt dabei aber es gibt eigentlich auch gar nichts neues dazu zu sagen es gab jetzt wirklich keine guten nachricht es gab sogar eine schlechte nachricht es gab einen brand in einem fabrikgebäude allerdings da hat man halbleiter hergestellt also da wurde jetzt die autoproduktion nicht betroffen wurde auch schnell gelöscht kein drama ansonsten gibt es wirklich auch keine weiteren negativen news bis auf die tatsache das ist aber auch nicht neu dass die chinesischen aktien weiterhin gemieden werden es gab ja zwischendrin mal die hoffnung dass china die profit restriktionen lockert das ist jetzt auch schon wieder vom tisch kann aber trotzdem wieder zwei wieder kommen aber ich bleibe dabei auch mit allen risiken die bbd vielleicht zusätzlich hat zu tesla das ist ja auch noch ein problem dass tesla jetzt auch fällt was sich natürlich auch auswirkt auf alle anderen elektroautohersteller also das umfeld ist jetzt weiterhin negativ aber das kerngeschäft operativ weiterhin sehr positiv und auch hier gilt jetzt was sich demnächst durchsetzen wird und ich hoffe mal dass ja dass die kennzahlen kernzahlen sein werden die nach wie vor extrem gut sind die nächsten zahlen gibt es ja wieder anfang des monats und auch da ist nichts schlechtes zu erwarten also ja der kursverlauf jetzt müssen wir auch sehen dass charttechnisch auch hier vielleicht diese 20 euro nicht mehr unterschritten werden das wird sich zeigen wir werden es weiter verfolgen und hoffen dann dass wieder gute nachsicht und dann demnächst auf den tisch kommen bei byd ich habe schon geguckt wir sprechen jetzt über solar da gab es ja eigentlich gute meldungen habe ich möchte den ökostrom den ausbau von ökostrom weiter fördern hat sich da diverse pläne überlegt klar sind immer noch noch sind es pläne aber das dürfte ja schlussendlich von power und co helft ja es ist handball ist ja nun ein us-unternehmen und auch us-installateur aber da gibt es ja auch diese massiven steuervergünstigungen 30 prozent spart man beim kauf einer solaranlage und zwar die werden direkt von der steuer abgezogen dann kommt natürlich noch dazu dass wie gesagt auch in europa solar am boom ist davon als handball ist nicht so viel aber letztendlich die stimmung für die ganze branche ist weiterhin extrem gut und in deutschland wird nächstes jahr dann auch die mehrwertsteuer wegfallen was nochmal einen neuen boom auslosen wird und ich habe mich aber schon gewundert man sieht hier den langfristigen verlauf da ist lange zeit wenig passiert dann gab es diesen anstieg im spätsommer der wieder abverkauft worden ist da habe ich mich schon gefragt was da los war es gab eigentlich keinen grund dafür aber jetzt sind die meisten solaraktien wieder auf dem weg nach oben und das ist glaube ich erst der anfang denn ich habe es schon mal gesagt wenn die ea die internationale energieagentur erwartet bis 2030 wird sich die die zahl der installationen jährlich vervierfachen dann werden auch alle firmen die nur mit dem markt gehen ihren umsatz vervierfachen und das sind natürlich extrem gute aussichten dann schauen wir gleich auf den nächsten wert aus der branche solar edge da hat man ja nach den zahlen ist man stark eingestiegen wir sehen wieder diesen spike es sind immer wieder mal spikes die auch schnell dann wieder abverkauft werden sozusagen es ist sehr interessant die gefahr jetzt besteht die gefahr jetzt auch da sieht man noch die 200 taglinie kommt von unten das heißt davor gab es einen richtig dynamischen anstieg aber seit tatsächlich jetzt zwei jahren läuft die aktieunterschwankungen seitwärts obwohl man in der zeit seine umsätze massiv erhöht hat das einzige was zurückgegangen sind die margen und das ist vielleicht so ein bisschen das problem dass man daran arbeiten muss und jetzt hat man ja erstmal mit diesen gestiegenen einkaufskosten zu kämpfen gehabt sma solar mehr als solar edge aber auch solange hat darunter gelitten aber die gute nachricht ist man kann die erhöhten kosten auch problemlos an die verbraucher weiter geben die nachfrage ist so groß dass selbst preiserhöhungen niemanden abschrecken nur mal als beispiel ich bin ja gerade selbst dabei eine solaranlage neu zu kaufen und ich habe 2018 für die powerwall von tesla 7000 euro bezahlt jetzt kostet 10.000 euro das sind über 40 prozent mehr innerhalb von vier jahren also diese hohen preise lassen sich durchsetzen und insoweit geht es auch mit den margen wieder rauf und ja man sieht wie schnell das gehen kann wir waren noch vor zwei wochen bei 200 jetzt sind wir bei 350 prozent mal eben das ist ordentlich klar jetzt geht es natürlich so nicht weiter aber ich bin zuversichtlich dass irgendwann auch mal dieser große widerstand dabei 360 370 dass der mal herausgenommen wird vielleicht nicht mehr dieses jahr aber dann im nächsten jahr dann schauen wir noch auf den caris da orientiert man sich jetzt ganz zuletzt auch wieder so ein bisschen seitwärts nachdem es ja einen brücksetzer gab hat man sich wieder leicht erholt aber jetzt scheint ein bisschen ruhe einzukehren wie ja wobei das kann schnell vorbei sein mit der ruhe aber ich glaube dann jetzt mal eher nach oben wir hatten diesen kleinen spike nach den zahlen die sehr gut waren man hat aber aus sicherheitsgründen wegen dieser strompreisbremse die er eventuell kommt 30 millionen euro zurückgestellt das kam dann erst mal nicht so gut an deswegen wurde das ging es dann gleich wieder runter aber jetzt haben sich auch viele anderen zu wort gemeldet die sagen wie gesagt abzüglich dieser oder wenn man diese zahlung diese rückstellung nicht berücksichtigt waren die zahlen extrem gut vielfach auch gestern oder besser jetzt wurde nochmal das kursziel von der dz bank bestätigt 24 euro finde ich ein bisschen wenig 24 mein kursziel in meinem report sind 35 euro und das ist auch so der preis der der ja wenn denn kbs übernommen werden sollte was immer noch tatsächlich möglich ist also sehr wahrscheinlich sogar denke ich dann wäre das ein preis der einen aufkäufer zahlen müsste so in relation zu den übernahmen die so stattgefunden haben in letzter zeit also insoweit ist da jede menge luft nach oben und ich finde es wirklich mit dem schnäppchenpreis unter 20 euro ein sehr profitables unternehmen aus dem solarbereich inklusive ein paar windräder hat denn kbs ja auch noch spannende geschichte und ja eine sehr gute chance und man sieht auch hier wie schnell das gehen kann wir waren ja hier tatsächlich mal sogar für neues mehr jahres tief abgerutscht und dann ging es in mehreren schüben aufwärts und vielleicht haben jetzt bald den nächsten glaubst du diese übernahme geschichte könnte noch in den nächsten ein zwei monaten akut werden oder muss das kann das kann sein es ist hochinteressant also er gab es hat jetzt auch einen fonds aufgelegt ein solarfonds zusammen mit einer größeren bank wo über eine milliarde ein reinfließen sollen also das interesse von investoren und auch von energieversorgern ist unheimlich groß also und im kabel ist ein ja ein sehr gutes übernahme ziel wenn es in kürze der fall sein sollte käme das natürlich deinem depot bei depotschamp zugute da ist eine wildcard ein der die wahrscheinlich passiert ein tag nach dem spiel vorbei am 27 januar weil am 26 ende das glaube ich donnerstag 19 uhr gibt es die nächste ausgabe und dann wird bestimmt auch wieder freier battery thematisiert denn auch der wert ist ja weiterhin in deinem depot wir haben die erholung zuletzt wieder gesehen aber die ging dann auch wieder schnell wurde schnell wieder abverkauft ja das war die erholung war auch unterstützt von sehr guten nachrichten diese ankündigung der us gigafactory die freie battery zusammen mit koch bauen wird das grundstück wurde ja schon gekauft dann gab es das gerücht dass kkr der finanzinvestor 500 million investiert das hat sich nicht bestätigt wurde aber auch nicht dementiert also kann auch jederzeit noch kommen das übrigens mal ein blick auf die us-fabrik so soll die mal aussehen wenn sie denn mal fertig ist im bundesstaat georgia also eine riesennummer die zweite große fabrik die man baut sogar noch größer als die erste und das soll nicht die letzte sein man will ja tatsächlich bis 200 gigawatt hoch fahren die produktionskapazitäten bis 2030 die hat jetzt 34 gigawattstunden und die in norwegen 29 also man ist auf einem guten weg läuft alles die aktie klar ist natürlich auch schwer im umfeld dass man da diesen aufwärts dann weiter fortsetzt ist sagt man so mich bin nochmal gefragt worden wo würde freier stehen wenn wir jetzt die letzten monate ein gutes börsenumfeld gehabt hätten dann wäre die aktie wahrscheinlich jetzt schon bei 25 30 dollar jetzt sind wir halt nur bei 13 aber was nicht ist kann ja noch werden könnte ja auch sein dass goldman mal wieder oder weiterhin pessimistisch ist was die dicke preise angeht oder ja aber das ist ja eigentlich dann eher gut für freiwillig wenn die preise fallen kann man günstiger einkaufen aber die liziumpreise werden nicht fallen und feier kommt auch mit diesen hohen preisen ganz gut zurecht dann schauen wir jetzt noch auf plug power vergleichen auch gleich noch freier und plug aber erstmal plug hier im zwei jahres chart da ist jetzt nicht mehr so viel nein ich habe extra mal die langen die längeren charts heute mitgebracht wenn man sieht wo die aktien also herkommen und ja plug power war ja mal bei 70 dollar jetzt sind wir bei 15 und das ganz interessant ist dieser wasserstoff hype da ist viel luft abgelassen worden dann wurde immer wieder versucht so neue spekulationsszenarien aufzubauen das hat aber nie funktioniert wurde immer wieder abverkauft und hier sogar immer wieder mit neueren tiefs auch jetzt dieser anstieg war als der inflation reduction act in den usa bekannt gegeben worden ist diese 270 milliarden dollar die in erneuerbare fließen sollen ja da hat die aktie reagiert aber auch dieser anstieg wurde komplett wieder abverkauft zwar noch keine neuen tiefs aber das problem bei plug power ist einfach was eigentlich alle wasserstoffwerte haben es ist jetzt mal zeit zu liefern und plug power hat gerade vor zwei wochen zahlen vorgelegt die massiv unter den erwartungen waren sowohl beim umsatz als auch also umsatz deutlich schwächer als erwartet nur 30 prozent wachstum und der verlust deutlich höher als erwartet und weiterhin sagt der plug power chef ja halb so wild unsere prognosen werden aber bestätigt und das machen viele werte oder viele unternehmen jetzt schon sehr lange so nur irgendwann funktioniert es eben nicht mehr irgendwann muss man auch mal liefern kann nicht mehr sagen ich mache das eben nächstes jahr was dies ja nicht geschafft habe das ist jetzt vor allen dingen auch tatsächlich zeigt sich dass diese wasserstoff euphorie dass das in die realität einfach nicht hergibt und ja das zeigt sich im schadverlauf die vergleichen wie gesagt jetzt die beiden werte ist es wahrscheinlich keine marschung mehr besser notiert aber hier sehen wir es noch mal schwarz auf weiß oder ja das ist ein sehr spannender chart ich bin auch froh dass der genau so schön geworden ist da sieht man fire battery im vergleich mit plug power seit jahres anfang beide fast exakt parallel und dann so ab september ist dann plug power hat diesen anstieg nach dem inflation reduction act komplett wieder abgegeben und fire battery hat das hohe niveau gehalten das gilt für viele wasserstoff aktien für viele batterie aktien batterie aktien bleiben oben wasserstoff aktien sind wieder runter gekommen und das liegt einfach daran dass der batteriemarkt da ist der läuft das ist ein billionenmarkt also jetzt noch ein milliarden markt es wird in einigen jahren ein billionenmarkt der expandiert wächst in allen bereichen sowohl batterien für heimsolarspeicher als auch die großen battery packs für große solar und windparks das funktioniert die umsätze wachsen rasant und während bei wasserstoff sich wenig tut also das spiegelt tatsächlich auch die realität wieder und dieser trend wird sich meiner ansicht nach fortsetzen ich nehme aber mal an wir können ja kürzer noch mal die sonderstudie einblenden dass freier battery jetzt keiner dieser drei werte ist das wäre wenig überraschend vielleicht doch vielleicht ja vielleicht kann schon sein aber diese ist die sonderstudie hier drei power aktien vielleicht ist eine davon freier aber selbst wenn gibt es noch zwei anderen weiteren batterie also im prinzip zwei batterieaktionen wobei eine der beiden batterieaktionen ist für rohstoffe verantwortlich ich werde vielleicht mal reinlesen black friday haben doch hingewiesen also wenn ihr sparen wollt diese woche könnt ihr diesen code noch nutzen also sparen und geld verdienen gleichzeitig jetzt musst du das noch schaffen bei depotschern donnerstag 19 uhr sehen wir uns da gerne wieder dankeschön für den moment gerne danke euch bis donnerstag